Greenfire Games Geld verdienen ist für die einen oder anderen sehr schwer. In diesem Video zeige ich euch ein Item, womit ihr auf Greenfire Games sehr schnell und sehr reich werden könnt. Was das genau für ein Item ist, das zeige ich dir in diesem Video. Und wir fangen wieder direkt hier an und wir sind auf CDB4, meinem Main CB. Und ja, hier sind wir und haben die Orb-Axt. Das ist es, ja. Die Orb-Axt, die brauchen wir. Wenn wir jetzt nämlich zu Warp-Orbs gehen, ähm, ja, genau hier, äh, bei Verkäufe. Und zwar sehen wir hier nämlich die Orb-Axt für 5 Millionen und einmal für 40 Millionen. Ich habe mir die damals in dem Greenfire Games Baumfarmen-Video gekauft. Das findet ihr jetzt hier ja gerade oben rechts verlinkt. Ähm, und ja, ich habe die 40 Millionen Orb-Axt. Ich würde euch auch empfehlen, die 40 Millionen Orb-Axt zu nehmen. Wenn ihr die 5 Millionen Orb-Axt habt, braucht ihr halt so ein ganz kleines bisschen länger mit abzubauen. Mit der 40 Millionen Orb-Axt könnt ihr das halt einfach mit einem Klick abschlagen. Die Orb-Axt ist das einzige Orb-Item, das nur in der Farmwelt funktioniert. Und ja, wir müssen auf jeden Fall, hier habe ich noch ein bisschen was liegen gelassen, okay. Wir müssen auf jeden Fall die Schwarzeichenbäume abfarmen und auch die Fichtenbäume, also wenn ihr so ganz große habt. Also wenn die so 4 Blöcke dick sind und dann halt so weit in die Höhe gehen die Schwarzeichen, äh, die Fichtenbäume, die ganz großen. Und die könnt ihr auch sehr gut farmen. Aber die Schwarzeichenbäume sind nicht so selten wie die Fichtenbäume, die großen. Und deswegen können wir hier einfach mal mit einem Klick, ja, abschlagen. Das funktioniert nur so halbwegs. Ähm, habe ich auch schon mal in dem Video hier rechts oben erklärt. Aber auf jeden Fall haben wir mit zwei Klicks zwei Bäume jetzt fast zwei Bäume abgeschlagen, bis auf das bisschen hier oben. Und dieses Item ist wirklich das effizienteste Item auf Free Fire Games, das ich bis jetzt kenne. Zum Farmen, also jetzt für die Blöcke und nicht für die Mob Drops oder so. Also für die Blöcke ist das das effizienteste Item. Und was ihr damit machen könnt, äh, ist ganz viel. Ja, ihr könnt mit diesem Orb-Item ganz viel machen mit dieser Orb-Axt. Ihr müsst auf jeden Fall Bäume kaputt schlagen, ist ja ganz klar. Also wir können jetzt mal hier kurz gucken. Also wir schlagen jetzt mal hier so ein paar Bäume kaputt. So, schlagen wir mal, rennen wir hier durch. Am besten mit Yeezys, habe ich auch schon mal in dem Video hier rechts oben gezeigt. So, und jetzt haben wir ein paar Bäume abgeschlagen, können wir nochmal rumlaufen. Dann sammeln wir vielleicht nochmal ein paar hier, ähm, Schwarz-Eichensetzlinge auf. Die können wir dann auch verkaufen. Äh, haben wir hier nochmal die paar Items. Und dann haben wir schon das. Also das geht super schnell. Und ihr braucht für eine Doppelkiste Bücherregale, um die zu grafen. Dafür bekommt ihr nämlich sehr viel Geld. Braucht ihr einfach nur eineinhalb Doppelkisten Schwarzeichenstämme. So, also so könnt ihr mit Bücherreich werden zum Beispiel. Habe ich auch schon mal in dem Video hier rechts oben erklärt. Und, äh, ja, so einfach könnt ihr auf Briefwagames reich werden. Und wenn wir jetzt mal gucken, TB6. Gehen wir mal auf das erste GS von mir. Hier haben wir schon mal ein kleines Lager-GS. Bücher, 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 Bücher ohne Ende. Dann haben wir hier noch Bücherregale. Die habe ich schon gecraftet. Und die können wir dann einfach beim FTW, äh, so FTW-Bold verkaufen. Wenn ihr aus dem Urlaub zurück ist. Ähm, ja, da können wir das hier verkaufen. So einfach geht es. Wir können daraus Pistons craften. Wir können daraus Bücherregale craften. Wir können daraus, ähm, ja, was noch? Kisten craften. Damit könnt ihr auch Geld verdienen. Und so weiter. Also mit Holz könnt ihr wirklich sehr, sehr viel machen. Das ist auch eines der wertvollsten, also eines der Items in Minecraft, die man am meisten braucht. Und ja, wie ihr auf jeden Fall auch viel Geld verdienen könnt. Seht ihr, wenn ihr den Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr nämlich das Briefwagames Geldverdienen 2022 Video nicht, das in nächster Zeit kommen wird. Und auch, was ist das hier? Ähm, und ihr könnt auch gerne die Briefwagames Geldverdienen Playlist anschauen, die ich hier oben rechts euch jetzt gerade verlinke. Ähm, da habe ich auch schon ganz viele Videos gemacht. Manche sind älter, manche sind etwas neuer. Wie ihr auf Briefwagames Geld verdienen könnt. Mit Farmen auch vor allem. Und so könnt ihr auf jeden Fall ganz einfach reich werden. Und was haltet ihr denn von dieser Methode? Kennt ihr noch eine bessere? Oder findet ihr die blöd? Und ja, schreibt auch gerne in die Kommentare, warum. Also deswegen schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Methode haltet. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich hereinrados! Musik Untertitelung des ZDF, 2020